Es war ein unglaublich spannendes Jahr gewesen, also wir haben uns sehr gut eingelebt. Wir haben so viel über unsere Gäste gelernt, so viele Gäste haben über uns lernen können, was machen die eigentlich hier. Wir haben mittlerweile zwischen 9.000 und 10.000 Gästen in der Woche, was ja schon eine unglaubliche Zahl ist und darauf sind wir auch sehr, sehr stolz. Auch im vergangenen Jahr die Weihnachtsfeiern war ein absoluter Erfolg für uns gewesen, wo wir auch sehr, sehr gute Rezessionen von unseren Gästen erhalten haben. Aufgrund dessen haben wir auch heute sämtliche Pakete, die wir anbieten für Corporate Events, für einen Kindergeburtstag bis zum Junggesellenabschied bieten wir auch heute alles an. Als Tagung kann ich in unseren Tagungsraum mieten, gleichzeitig aber auch anschließend rausgehen, auf den Bays etwas spielen, ein bisschen den Breakout haben, dann ein leckeres Buffet genießen. Bei uns war es wirklich learning every day. Wir haben jeden Tag dazugelernt, viel von unseren Gästen gelernt und das meiste auch von unseren Mitarbeitern. Also wir hatten vorher ein Konzept, wir glauben zu wissen, wie es funktionieren wird und wie es sein wird, aber am Ende haben wir nochmal komplett von neu angefangen und nochmal alles hinterfragt, was wir vorher geplant hatten. Oberhausen wird immer für uns das Flagship sein, also immer das Zuhause sein. Hier haben wir begonnen, hier haben wir gestartet. Alles, was wir in Zukunft machen, werden wir alles aus Oberhausen aus managen und zuerst testen. Daher, Oberhausen wird immer der wichtigste Standort für uns bleiben. Die Wertschätzung der Mitarbeiter, die Wertschätzung des Gästefeedbacks, was wir bekommen bezüglich der Mitarbeiter und dem Service, weil ich denke, schöne Anlagen kann jeder bauen, schöne Restaurants kann jeder bauen, aber was es wirklich einzigartig macht, ist wirklich dieses Gefühl, dieses Erlebnis bei uns und das spiegelt sich wirklich nieder in den Augen unserer Gäste. Ja, vielen Dank an alle Oberhausener. Bereits vor der Eröffnung war so eine Neugier gewesen. Was passiert hier eigentlich? Was wird hier gebaut? Nach der Eröffnung habt ihr uns alle besucht, uns alle unterstützt. Auch sämtliche Mitarbeiter haben wir aus Oberhausen gewinnen dürfen. Daher vielen, vielen herzlichen Dank und wir sehen uns bald.